ok modifizieren tun wir eigentlich nur noch einen molly herstellen ok es gibt nur reparieren upgraden und modifizieren ich bin mal gespannt wann ich munition herstellen kann die brauchen ja alle schaut euch die ganzen ausrufezeichen an okay dass ich brauche jetzt erstmal eine pause und eine frucht ja wir sprechen gleich ich muss mit allen sprechen also von daher lasst euch zeit und läuft nichts weg ich tue jetzt erst mal einen kaffee trinken bis gleich so und das sind wir auch schon wieder und wie ihr seht befinde ich mich jetzt nicht in der kirche ich habe mir nämlich gedacht ich werde jetzt mal zurückgehen weil wir brauchen ja doch einiges auch an geld und wo ist es besser zu looten als im hotel und auch natürlich noch ein bisschen episch zu sammeln so wir haben im übrigen ja noch immer den einen punkt zu vergeben es wurde gesagt ich solle doch einfach mal auf die raserei auch gehen ich habe mir das jetzt gerade mal durchgelesen und das stimmt schon ich müsste auf jeden fall auch einmal auf die raserei gehen weil die chance auf kritische treffer steigt der schaden steigt und zusätzliche gesundheit bekomme ich und das ist natürlich schon ja ein manko bei mir bevor ich da jedes mal drauf gehe und vor allem ist es ja doch so dass auch die weiteren skillungen recht gut sind also von daher ich gehe diesmal auf auf das ja will ich warum geht es nicht und warum komme ich jetzt nicht mehr raus auch jetzt wenn die raserei anzeige volles halte y gedrückt und raserei zu nutzen ok naja gut es wird es wird schon irgendwie klappen von daher dachte ich mir dann dann hüpfe ich jetzt einfach mal hier weiter und schauen wir wie ich mich hier schlagen kann die energy die zomboiden sind natürlich genauso na was war das jetzt es war ein energy ne frucht ok eine frucht was nimmst du eigentlich für eine waffe du hast dann mal eine waffe ausgerüstet das was geht los in der pistole habe ich nicht allzu viel schuss die ist geladen ja ok warte noch mal repariert ist im grunde alles also ich werde jetzt mal auf was werde ich gehen also die axt wenn ich auswähle die hat mittlerweile glaube ich das schwächste ne das da ist sogar noch schwächer man sollte halt immer mit seinen stärksten waffen eigentlich groß liegen oder 423 die also ich denke mal dass ich dieses eigenbaumesser ja halt nutze für die explosionen aber das war es dann schon ok nehmen wir mal die axt ich schaue jetzt mal ob ich es zum hotel schaff und da noch ein bisschen koffer loot ich hoffe das wird für euch jetzt nicht zu langweilig sein wenn ich jetzt nicht weiter durch die straßen schleich aber ich denke wir brauchen hier auf jeden fall noch ein bisschen du bist jetzt gekillt ja ok geht doch 95 ich denke also generell die die zomboiden waren ja überall stärker also das ist auf jeden fall so aber hier tue ich mich glaube ich immer noch ein bisschen leichter mit looting so dann gehen wir eben darum die xp kriegen wir von allen so ich muss mir das auch angewöhnen ein bisschen schneller zu sein was den waffenwechsel angeht ich wollte jetzt dein kopf eigentlich nicht weil das dauert mir immer zu lang komm her ich habe gar nicht auf mein leben geschaut jetzt mal okay moment geld 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 es waren irgendwie um die 200 ich muss erst wieder reinkommen ich war schon wieder ein paar tage nicht hier drin haben wir uns mal die energies rein wenn wir welche finden ich bin mal gespannt wie mir das rate wie das mir eigentlich hilft dann mit der wut so du kannst jetzt gar nicht 30 von 250 waren wir das so zurück okay das war glaube ich jetzt sogar mal sinnig mit der an granate ich höre da noch einen nur wo ach da gut ja da ist ein großer jetzt probiere ich ja mal das ding okay es dauert ein bisschen ja aber es ist auf jeden fall eine gute möglichkeit ja gefällt mir das muss noch nicht einmal dann wirklich ein gutes messer sein ne oh ist da eine beute jetzt verbrannt schade das ist schade ups so dann sind wir da wieder sicher ist sicher ne ich weiß ja nicht hallo ach das war ein energy den hättest du jetzt nicht gebraucht 53 dollar was haben wir hier stark okay so stark ist er nicht aber ich nehme mal mit ähm alkohol nahrungsmittel jetzt echt ah jetzt habe ich irgendwie y um raserei zu aktivieren okay y ist äh bei mir unten drunter da müsste es irgendwie ein ding geben so nen finish move der bisserl schneller geht finde ich mach halt dann die tür zu nein 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 energy kein alkohol da stehen zu viele flaschen rum und ich kann nichts nehmen davon naja gut okay so jetzt muss ich mich nur erst einmal orientieren aber ich glaube ich muss darum ich glaube schon ja da 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 so ein kleiner spaziergang ums hotel rum oh ja kann ich dir auch ins bein jetzt ehrlich ich will halt nicht noch näher ran kannst du vielleicht auch ein bisschen wenn man halt einmal darum ok spinnst du Ich muss ein Messer auf mich losgehen. Wir haben wieder Geld. So. Nee, das hat schon gepasst. Da wollen wir her. Bam, 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 bam. Nein, nicht den. Dachte ich es mir durch. Ah, das ist Rage. Alles klar. Ich wollte es jetzt mal probieren. Ich muss ja langsam mal anfangen, damit... ...gerade wenn jetzt hier... ...dann ein paar Größere kommen. Okay. Noch ist die Axt gut. So. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier noch... ...gleich Taschen und sowas finden. Aber es sieht nicht so aus. Da müssen wir noch weiter vor, ne? Energy ist auf jeden Fall mal gut. Du, 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 du... ... ist mitgezratos. Wie spinnt ihr? Der kann plötzlich von hinten auch, ne? Der ist ja kein ... ... ... ... okay du hast nichts das ist auch nichts den von hinten habe ich jetzt nicht gesehen ich habe jetzt nur den hier stehen sehen ein büchlein energy ist nicht da alkohol mein kaffee habe ich auf jeden fall auch dastehen das ist im grunde mein alkohol ist da oben auch einer da stehen halt immer so schöne dekoflaschen aber nichts richtiges soll man schauen hier gibt es bestimmt wieder irgend so einen platz ja das mag ich auch immer her damit immer her mit der kohle und auf der anderen seite war glaube ich auch im wagen jetzt ein bargeld ist mir am liebsten ich nehme die anderen geschenke zwar auch aber auch ein vergessen schau mal hier sind ja mal so viel also ich denke halt immer dass hier bei dem bei dem platz dann zu viele sind aber irgendwie not ich wollte jetzt eigentlich nicht zuschlagen ach da hinten ist jemand am schmatzen hier ist hier ist viele koffer 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 und warum es jetzt so ruckelt weiß ich nicht ach komm her geld nein Oh, falsch eingeschätzt. Du bist auf jeden Fall schon Tilt. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, dass ich jetzt erst einmal nochmal hier ans Hotel gehe, weil es ist mir einfach wichtig, dass ich jetzt wieder Kohle zusammen bekomme, um Medipacks und sowas zu kaufen. Du machst hier den ganzen Schuh dreckig, Mensch, Mädel. Vor allem, ich war noch gar nicht einmal so viel weiter in dem Gebiet. Also ich habe ja nur so ein Stück weit geguckt und dann habe ich ja gesagt, okay, jetzt gehen mal rein. Aber ich glaube, ich habe noch nicht alles nachgeguckt, was es hier so zu gucken gibt. Bleibst du jetzt? Genau, den zum Beispiel habe ich beim ersten Mal nicht geleert. Hast du jetzt was? Nein. Du hast nichts. Und vor allem, ich möchte hoffen, dass ich diese Bombenmesser vielleicht noch machen kann. Habe ich eigentlich dieses Messer wieder eingesteckt? Ne, na? Oder? Schwere Pistole, gefährlich großer Baseballschläger. Warum hast du eigentlich die da drin und nicht die ausgebaute? Jetzt mal ganz ehrlich. Achso, okay, ich habe keine Munition dafür. Alles klar. Ja, ich nutze noch mal ein bisschen die Axt. Schauen wir mal da rum. Ich habe vorne beim Hotel natürlich auch noch nicht alle Taschen gesammelt. Eine herrenlose Tasche. Normalerweise müsste hier dann schon ein Polizeiaufgebot sein, wenn da so eine einzelne Tasche einfach rumsteht. Schauen wir mal da rumstehen. Einmal dir. Komm her. 95 Dollar. Bleibst du jetzt liegen? So ehrlich war. 94. 4 Dollar nur. Das arme Mäuschen. So, hier ist noch ein Koffer, oder? Ja. 137 Dollar, yes. Das war auf jeden Fall gut. Oh, Flasche Wasser? Nein. Und 63, jawohl. Okay. Ich gehe ja immer auf Nummer sicher, ne? So, schauen wir mal, ob wir das Ding ausmachen können, irgendwie. Ah, über den Zaun klettert ihr sogar, ne? Oh, ich habe dich nicht, ihr blöden Hühner, ich habe euch nicht gesehen. Wo waren denn, ich habe die echt übersehen, ne? Na gut, aber wir haben auf jeden Fall schon mal einiges eingesagt. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, wie viel mich das gekostet hat. Aber, ich denke, es hat sich trotzdem bisher schon gelohnt. So, da habe ich noch Koffer vergessen, anscheinend. Du bist schon Tilt. Und da habe ich auch noch Koffer vergessen. Wunderbar. Ja, und da den Bus. Naja, es sollte so sein, dass ich hier zurückkomme, weil hier noch ganz viel Meutebeute ist. Jawohl, habe ich alle? Habe ich alle. Da oben sind auch noch mal welche. Ja, ich gehöre eigentlich immer lieber zu denen, die gerade im Urlaub ankommen, als die, die gehen. Aber ich glaube, das geht jedem so, ne? Hup, hup. Ich hoffe, dich zu beschweren. Ich mache es ja auch schnell. Ich mache es schnell und schmerzhaft. Oh, 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 oh. Ich habe noch gesehen, dass du auf mich zurennst, aber... Das ist ein blödiges Lütli. Was? Blödiges was? Ach, stimmt, da wollte ich ja her eigentlich, ne? Aber ich möchte trotzdem den... Den Platz hier noch durchsuchen. Keine Beute. Okay, hier haben wir noch ein Auto. Aber den Autos gibt es eigentlich nie irgendwas, ne? So, was sind denn eigentlich die zwei Schreihälze wieder? Warte mal, ich mache das jetzt halt aber, dass ich auf die... ...Eigenbau-Machete geschockt, genau. Auf die gehen wir jetzt halt. Wenn man seitlich geht, ist man immer sehr viel langsamer. Ah, da kommt er, ist der. Okay, Beute, 147. Hier war doch auch noch einer, oder nicht? Geh weg. Geld? Yes. Yes, yes, yes. Wir machen hier echt gut Beute. Ah. Aber ich kann nicht, glaube ich, am besten sofort tilten, wenn ihr auf mich zurennt, ne? Ich wollte eigentlich, bei den ersten, wollte ich eigentlich auf dieses Ding hier schmeißen. Aber das hat irgendwie, keine Ahnung. Konnte ich nicht anvisieren. Da haben wir nichts weiter. Na dann. Da sind wir viele mit Rage. Leg dich jetzt hin, du Saftsack. Mann. So, was hast denn du da jetzt eigentlich in der Hand? Naja, die ist okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass nur ihr... Ach so, wir sind da hinten beim Hotel. Ja, stimmt ja. Ja, okay. Schnauft durch. Einmal in den Hintern gibt's reden. Ja, mit dem Geld. Und nochmal 55. Okay. Deswegen sind da unten auch die... Ähm... Deswegen waren da auch diese Renner. Weil es waren nämlich die, die auf mich zugekommen sind, als ich mit dem Bus raus bin. So, hier brauche ich gar nicht rein. Schauen wir mal. Oh. 88 Dollar. Hey. Nice, nice. Genau. Jetzt habe ich auch eine gewisse Orientierung hier irgendwie. So, du darfst jetzt bloß nicht mehr sterben, ne? Was hast du jetzt hier einstecken? Ach so, ja, wir haben ja das Ding jetzt hier, ne? So, Raserei haben wir. Wut gewinnen. Hier, töten mit modifizierten Waffen erzeugt zusätzliche Wut. Oder erhöhe den Schaden, den alle Teammitglieder erhalten, wenn Beschützer aktiv ist. Ja, aber dann muss ich ja den irgendwie aktivieren. Wut gewinnen. Ja, ich habe ja hauptsächlich... Ja, machen wir das da. Machen wir das da. Und dann gehen wir mal davor, weil da sind, glaube ich, auch nochmal zwei große, ne? Das bringt im Grunde auch eine schnelle XP. Hätte ich da vorhin die... die Ladies nicht übersehen... wäre das echt nice gewesen. So, wir gehen jetzt erst einmal nochmal da rum. Aber hier war... nix weiter. Okay, dann sind wir quasi jetzt einmal komplett rum. Da können wir jetzt halt nach hier unten gehen. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa! Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife. Better get out of sight. Who do you voodoo, bitch?